Also Filme und das im Kino sind schon voll mein Ding. Aber im Sommer bin ich halt auch richtig gerne draußen. Und ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und besondere Orte in Hamburg entdecken, finde ich ja auch schon ganz geil. Das Beste ist, das geht auch alles zusammen. Und zwar hier, im Zeise Open Air im Altonaer Rathaus.